Was ist die Partei, die Partei AfD, die Partei AfD noch weiter nach rechts schiebt? Und inzwischen im Zentrum dieser Partei angelangt ist, und zwar genau mit der Rede gegen das Holocaust-Mahnmal, als man ihn noch einmal abservieren wollte und das zusammenbrach. Also gehört zum dynamischen Zentrum der AfD als völkisch Rechtsradikaler. Immer unterstützt von Alexander Gauland, immer unterstützt von Poggenburg und von dem Islamhasser Hans-Thomas Till Schneider aus Sachsen-Anhalt. Ich bin nicht mehr so sicher, dass sich die AfD über Trump freut. Ich weiß, dass die Vorsitzende Frauke Petry begeistert an der Seite von Trump war, schon seit einem halben Jahr während des Wahlkampfs, trotz der Rassismen von Donald Trump, trotz der Tatsache, dass er Mexikaner zu Vergewaltigern gemacht hat und denunziert hat, trotz seiner Frauenfeindlichkeit. Aber es gibt keinen positiven Trump-Effekt. Das ist das Interessante, jedenfalls nicht in Deutschland und schon gar nicht für die AfD. Insofern wäre sie gut beraten, wenn ich ihr einen Rat geben könnte, sich von Trumps Positionen fernzuhalten. Die Geschichte kann sich wiederholen, aber meistens doch nicht so, wie sie einmal war. Dennoch gibt es Ähnlichkeiten zwischen der Gewaltwelle in den frühen 90er Jahren und heute. Zum Teil sogar so weitgehend, dass die Gleichen, die damals sich in Gewalt haben, entfesseln lassen. Rassistische Gewalt, rechte Gewalt. Nun zu denen gehören, die bei PEGIDA-Demonstrationen aufmarschieren und auch den rechten Rand der AfD bilden. Also Wähler sind von der NPD oder von der Nichtwählerbank herüber nun zur AfD gekommen sind. Aber was noch viel entscheidender ist, ist, dass wir wieder eine rassistische Gewaltwelle haben. Seit zwei bis drei Jahren, nach der Flüchtlingsauseinandersetzung des letzten Jahres von Seehofer gegen Merkel angestachelt und insoweit sogar so etwas wie einen Mainstream-Effekt erzeugt haben. Also diese ja doch sehr flüchtlingsfeindliche, zum Teil rassistische und sehr muslimfeindliche Haltung war der Hintergrund, die Entfesselung dieses Ressentiments von PEGIDA und AfD dafür, dass wir eine neue rassistische Gewaltwelle hatten und haben. Das heißt, der neonazistische Gewaltsaum ist, anders als etwa in Österreich, hier ganz schnell über die AfD und PEGIDA und die verschiedenen weit rechts stehenden Szenen reaktiviert worden. Also ich würde das nicht befürworten, dass wir einen rassistischen oder Ressentiment entfesselnden rechten Rand brauchen. Wir kamen ganz gut ohne aus. Nun sehen wir, dass die AfD vermutlich nicht so schnell verschwindet, aber sie ist anders als in diesen anderen Ländern ein begrenztes Phänomen. Sie kommt aus ihrem Turm zwischen 12 und 14 oder 11 oder 15 oder 9 Prozent nicht heraus. Weder Trump hilft da noch die Debatte, die weitergeführte Flüchtlingsdebatte. Nein, es hängt sehr von den anderen demokratischen Parteien ab, wie stark dieser rechte Rand in einer rechtspopulistischen und rechtsradikalen Partei sein wird in den nächsten Monaten. Davon, wie die Linken sich aufstellen in den sozialen Dingen, wie die SPD dies tut, ob die Grünen das auch begreifen und ob die CDU von ihrem Schäublekurs immer nur zu sparen ablässt. Also gut aufgestellt ist. Wir müssen aufmerksam sein. Das heißt, wenn wir können, so gut wir können, da wo so etwas entsteht, im Café, in der Kneipe, in der Schule, im Betrieb, dagegen angehen, sagen, nicht mit mir, nicht hier, also ganz unten, wichtig ist die kommunale Ebene. Ich kenne den katholisch sozialisierten sozialdemokratischen Bürgermeister von Oranienburg seit 20 Jahren und ich sehe, wie er das macht. Er fährt mit dem Fahrrad durch die Stadt und lässt sich vom Fahrrad runterholen. Natürlich nicht mit Gewalt. Aber ich habe ihn auch schon runtergekriegt, wenn ich ein Problem hatte. Das heißt, er lässt sich ansprechen. Von einem Azubi, der sagt, ich habe hier vielleicht keine Chance. Und er antwortet, aber ich sorge mit der Stadtverwaltung, die gut ist, wie ich weiß, dafür, dass wir eine Lösung finden, der also fair zu den Anwohnern ist und fair zu den Flüchtlingen. Da gab es Versuche von Abendspaziergängen, manipuliert von den Neonazis, obwohl sie es nicht gesagt haben. Das hat wieder aufgehört. Es gibt eine Zivilgesellschaft, es gibt wohl Willkommensinitiativen und die Parteien sind auch, die demokratischen Parteien, dran, sich zu kümmern. Wenn man eine solche Kümmer-Situation wie in Oranienburg hat oder in Dinklager, dem Ort katholischen in Südoldenburg, aus dem ich komme, oder Brake an der Unterweser oder bei der Volkshochschule in Berlin-Mitte, dann brauchen wir keine Sorgen zu haben. Dann haben wir soziale Sensibilität, dann haben wir glaubwürdige Personen und ein entschiedenes Nein zu Rassismus. Die NPD ist nicht verboten worden. Sie ist eine neonazistische Partei. Und die langen Ausführungen des Berichterstatters bei der Verkündigung des Urteils durch das Bundesverfassungsgericht waren so eindeutig wie nur etwas, dass diese Partei dem Wesen nach eine nationalsozialistische ist, dass sie wesensverwandt ist mit den Zielen und Inhalten des Nationalsozialismus. Deswegen wäre es auch sinnvoll gewesen, diese Partei zu verbieten. Denn sie ist eine Gefahr. Sie ist keine Gefahr für die Parlamente. In absehbarer Zeit jedenfalls nicht. Aber sie ist eine Gefahr für die, die sie bedroht. Dafür, dass sie in verschiedenen Zirkeln, Netzwerken mit anderen, mit Tügida und mit rechten Rändern, auch rechtspopulistischer Parteien, zusammenarbeitet oder zusammenarbeiten will und Ressentiments entfesselt. Wie mit Herrn Pasteurs in Mecklenburg-Vorpommern, der sogenannten MVGIDA, also der Tochterorganisation von Pegida in Mecklenburg-Vorpommern. Und sie schüren Wut, Hass, Ressentiments und dann kommt Gewalt. Das ist so. Insofern sind sie auch mitverantwortlich für das Ausmaß rassistischer Gewalt heute in Deutschland. Insofern sind sie auch mitverantwortlich für das Ausmaß.